Hallo, liebe Freunde der Firma Evangelien-Held. Heute aus einer sehr schönen Altbauwohnung in der Holtenauer Straße. Und diese Wohnung hat knapp 120 Quadratmeter, muss ich das mal anders einstellen, ist Altbau, 3,40 Meter Deckenhöhe, also wirklich schöne, tolle Größe. Und hier ist es so, dass die das Wohnzimmer hier einmal haben, mit Fenstern nach vorne. Und dann gibt es ein Schlafzimmer, das ist mit einer Tür zum Balkon. Und ihr könnt es ja in alle Richtungen drehen, man muss ja nicht Mietern sehen, die Wohnung ist sogar verkaufen. Sie ist vermetet. Hier ist noch ein Abstellzimmer, das kann ich auch mal zeigen, ein Abstellraum. Gut, ist jetzt nicht so viel zu sehen, aber für Staubszimmer und so ist das ja immer toll. Dann gibt es ein Gäste-WC. Das ist dieser Raum. Hier, das ist alles mal modernisiert worden. Und sehr geschmackvoll auch, wie ich finde. Und dann haben wir hier eine sehr große Küche. Und die Küche hat auch Fenster nach hinten. Hier kann man so ein bisschen sehen, ist die Fadenbergschule. Und einen Balkon haben wir hier. Der Essbereich wurde hier geöffnet. Das ist damals beim U-Hau alles geschehen. Und dann gibt es hier ein schönes, großes Badezimmer mit Waschmaschinenanschluss. Hier ist eine Wahlwanne. Und hier, wenn ihr es mal sehen mögt, www.held.immo. Es ist ja demnächst online. Hier ist jetzt das Kinderzimmer. Da können wir nochmal schauen. Und da kommen wir dann wieder in den Flur. Wir sind hier einmal so im Kreis gelaufen. Wir sind hier einmal so im Kreis gelaufen.